Was geht ab ihr kleinen Clubspros, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Battlefield 1. Wir spielen am Rande des Reiches, also auf der Map am Rande des Reiches. Ein bisschen Vorherrschaft, da ist C, ich habe keine Ahnung wo man als schnellstes hinkommt. Das ist jetzt meine dritte Runde und ich nehme hier direkt wieder für euch auf. Wir laufen nochmal schnell hin, wir sind Österreich-Ungarn und das Spiel ist mega laut bei mir. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme ein bisschen leiser ist. Die Musik ballert nämlich gerade ordentlich rein. Ich spiele mal ein bisschen Sanitäter, meine erste Runde jetzt als Sanitäter. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, ich weiß, ich habe eine Einzelschusswaffe hier als Primärwaffe. Und was sonst noch so möglich ist, okay, das ist möglich. Ja, ich weiß. Ey, jetzt lauf doch mal. Jetzt lauf doch mal. Mensch. Der guckt hier rum. Mach mal zu hier. Warte mal, hat er beide Türen zugemacht? Nein, hat er nicht. Voll Idiot. So, okay. Ach, holen wir gerade auch. What? What the fuck? Fuck. Also, Vorherrschaft ist quasi, ähm, Eroberung, nur in klein. Fuck. Der hat auf jeden Fall, hat er geschluckt. Gut. So. Warum treffe ich den nicht? What the fuck? Ich fahre doch drauf, oder nicht? Okay, ich dachte, ich fahre drauf, aber anscheinend war ich es nicht. Ah, ja. Sieht sicher aus, Jungs. Okay, er wird irgendwie von hier beschossen. Verdammte Scheiße, Alter. Nein. Oh. Mit einem Schuss habe ich ihn 36 Damage gemacht. Ich muss noch ein bisschen in die Waffe halt reinkommen. Das ist meine erste Runde, die ich als Sanitäter spiele. Und damit auch meine erste Runde, äh, mit dem Wäffelchen. Da läuft einer, da, da läuft einer. Okay, jetzt konnte ich ihn markieren. Äh, das sah irgendwie ein bisschen komisch aus, wie er da lief. Als wäre es irgendwie so ein Wann in das Stein gewesen, oder irgendwie sowas. Alter, der schießt voll gut, der Typ. Was ist denn hier, Alter? Muss er noch reinkommen, hier wieder der, ähm, ja, zum einen halt der Rückstoß, aber auch wie die Waffen. Oh, da. Jawohl. Nein, oh. Ähm, hier der Kugelfall. Denn das ist ja im Battlefield auch vorhanden, anders als im Battlefield, äh, anders als im Battlefield, ja, genau. Anders als in COD. Und ich habe auch gerade nochmal reingeguckt. Ich habe das jetzt verstanden mit den Battle Packs. Man, danke. Man zieht da echt nur Skins draus. Ich dachte, das waren irgendwie so Waffen vielleicht sogar. Ähm, man kann da Nahkampfwaffen draus ziehen, ja. Aber sonst sind das alles nur Skins, die man kriegen kann. Alles klar, geschossen like a poor. Nee. Nee. Warum? Oh, Alter. Oh, jawollig, Alter. Da, wiederbeleben. Nein, du dreckiger Sackgesicht. Ich weiß, ich kann Deutsch gut, aber... Ey. Ich, ihn kann ich wiederbeleben. Ich bin unterwegs, Junge. Junge, halt durch, Junge. Junge. Warum? Jawohl, Kill. Es sind die drei Kopftreffer. Alles klar. So. Okay, ich verstehe das Nachladen der Waffe. Jawollig. Äh, entweder lädt man fünf Kugeln auf einmal rein. Oder man muss einzeln nachladen. Okay. Hier, wer braucht... Nein! Da habe ich aus Versehen eine Granate geworfen. Hatte mir gerade angezeigt, Bandage werfen. Aber da hatte ich... Irgendwie, ähm... Ja, war das nicht ganz richtig, was ich da gemacht habe. Achso, lol. Wäre das ein Gegner gewesen, das wäre einfach so mega lustig. Jawohl, ihn habe ich aber noch gekriegt. Ja, ich muss noch ein bisschen reinkommen. Äh, in der Waffe und die Map und alles. Alles neu hier. Auch erst meine dritte Runde, also ich muss allgemein in das Spiel reinkommen. Aber... Es läuft ganz gut. Okay, wie hoch muss ich ziehen, damit die Kugel da ankommt? Ah, okay. Ja. Alles klar! Okay, ich sehe ihn da oben nicht mehr. Oh, da kam gerade ein Schuss angeflogen. Da ist einer. Da ist auch einer. Da sind sogar zwei. Alter, ich schieße wie eine alte Oma. Ich glaube, ich muss die Sensitivität ein bisschen runterstellen. Ich habe dir gerade einen hochgestellt, aber ich glaube, so wie sie vorher war, wäre besser gewesen. Ich höre hier doch auch... Ja. Den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir. Ja! Geil. Oh, Gegner. Okay, das haben die. Was ist hier denn explodiert, Alter? Ey. Lol, muss man vorher entriegeln. Was sind das denn? Voll die Panzertüren, oder was? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott, hätte ich das nicht ver... Scheiße. Oh, Mann, äh. Alles klar, moin. Aber zwei konnten wir messern am Stück, das war doch alles. Wett. Wett. Warum kann ich nicht bei meinem Kumpel spawnen? Hä? Willst du mich ver... Okay. Gut, dann halt nicht. Dann spawn ich halt random. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn tatsächlich getroffen. Jawolleck. Feind getroffen, fünf. Wo habe ich ihn denn getroffen? Habe ich in den kleinen, äh, Fingernagel weggeschossen, oder was? Da, da läuft er, da läuft er, da läuft er, ja. Deutsch am Start. Back in the game, Alter. Das sind ja mal Kugeln, würde ich sagen. Oh, shit. So, ich kann mir mal A. Okay, ich kann mir... Nein, was habe ich getan? Mann, ich will immer mit L1 Video mein Medi-Kit werfen. Ich weiß nicht, warum. Oh, Mann, Alter. Da wagt er es vorzukommen, Alter. Oh, shit, wer bist du denn? Bitches and Niggas. Niggas and bitches. Hier, ich brauche dich, Junge. Du musst mal machen. So, erste Wiederbelebung am Start. Jawohl. Oh, ich hätte gerade fast schon... Ich habe schon wieder L1 gedrückt für ein Medi-Kit, ey. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Endlich sehe ich es auch mal ein, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier mache. Alles klar. Perfekter Wurf. War genauso geplant. Das sah aus wie ein... Äh... Aim-Bot-Wurf. Nein! Ja! Ich habe ihn! Ich habe ihn gefickt, Alter. In die Magenhule. Könntest du das mal lassen? Ah, die wiederbelebt! Er lebt noch! Verdammte Scheiße, Alter! Okay, gut. Sieg. Oh! Oh! Ich habe viele Kodeksanträge irgendwie diese Runde gekriegt. Gewonnen, Alter! 100 zu 74! Das ist doch nice! Alter, was ich da am Punkten kriege! Yeah! 10 Minuten 10 ging die Runde. Das ist doch ganz gut. Oh, die hat es aber auch in sich gehabt. Habe ich irgendwas? Nö. Kriege ich ein Battle Pack? Nö. Schade. Okay. Aber... Ich hatte Spaß in der Runde. Mit einfach einer Granate vor meinen Füßen, Alter. Gut. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ja, dann würde ich mich doch sehr über einen Like freuen. 11 zu 6 haben wir gespielt. 9 zu 9 hat der erste von uns... Das hatte ich auch in der letzten Runde, mein Freund. Sogar in der Aufnahme. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Tschüss! 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 Tschüss!